Naja, ist klar. Selbst als ich runtergefahren bin. Wer mir das erklären kann, dass der Ton mal geht, mal nicht geht, der ist gut. Der ist für mich ein Meister. Also ich kann das nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist mir auch scheiße. Ja, ich will nur was loswerden. Ich habe meinen Einzelverhelfer heute abgesagt. Ja, wir sind beide übereingekommen, weil er kann ja hier nicht rinnen. Also wir müssen ja hier am Computer arbeiten, aber mit dem ich zusammen wohne, der will das nicht. Ja, und von daher bin ich gezwungen auszuziehen. So schnell wie es geht. Ja, und ich freue mich auch darauf. Ja, weil ich will hier nicht bleiben. Auf keinen Fall. Ciao.